Hey Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es ein Pferd ab in deine Box und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Hier sind die ganzen Pferde schon mal. Und ich würde sagen, wir fangen an mit diesem Stall hier. Ja, wir fangen an mit dieser Box. Und zwar kommt in diese Box der liebe Franyo. So, ich stelle ihn jetzt mal so hin. Daneben in die Box kommt die Luria mit ihrem Fohlen Ono. Luria steht jetzt mal so und der Ono spielt ein bisschen draußen hier am Paddock. Hier in die Box kommt dann die Millie mit ihrem Sohn Flipper hin. Er ist jetzt hier auch mal auf dem Paddock. Und hier in die Box, wo ist er, kommt hier der liebe Donner rein. So, dann sind wir schon mal mit dem Stall hier fertig. Und dann würde ich sagen, machen wir weiter mit den zwei Einzelboxen hier. Da kommt einmal die Paola und der Rocky rein. So, also der Rocky, der kommt hier hin. Und die Paola, die kommt, wenn sie passt, hier rein. Dann hier auf diesem Platz kommen drei Pferde. Und zwar kommen da meine Araber rein. Einmal der Adi mit der Lucinda. Hier dann kommen zwei Stuten mit ihrem Fohlen hin. Und zwar einmal die Genie mit ihrem Fohlen Frieda. Und die Bonita mit ihrem Fohlen Ghost. Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit den anderen beiden Einzelboxen. In die eine kommt schon mal der Oscar rein. Und zwar in diese hier. Und die Pia mit ihrem Fohlen Findus kommt dann in diese rein. So, weiter geht es dann mit hier diesem kleinen Platz. Da kommen die Süßen rein. Und zwar die Eskada mit ihrem Fohlen Christmas. Und die Bonita mit ihrem Fohlen Kion. Und in die Box kommt dann der Tobi. Das ist der kleine hier. Und dann machen wir weiter mit dem Horsklop-Stahl. Da ist ja klar, welche Pferde da reinkommen. Ja, und zwar die Pferde hier. Der Storm, der gehört da auch rein. Aber der ist halt da gerade mit der Lisa. Deswegen kommen jetzt gerade nur die Pferde in ihre Boxen. So sieht das jetzt aus. Und jetzt machen wir weiter mit hier dem Teil. Hier sind jetzt Spottie, Keks, Ella, Cookie, Pancake und Westwind. Und in die beiden Boxen kommen dann noch Kasper und Malu. So Leute, das war es mit diesem kurzen Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao! Ciao! Prrrr.